Das lag einfach daran, dass da so ein fetter Schwanz vor mir war eben, den ich dann einsaugen musste. Hier werden ordentlich Schwänze gesaugt, ich sag's euch, wir nehmen die anderen beiden auch noch. So, gib mir deinen letzten Schwanz hier. Komm jetzt, gib mir deinen Schwanz. Jetzt gib mir doch deinen Schwanz, komm. Ja, mit dem Ding. Ja. Ey, das war so ein Ding, Alter. Das war viel zu groß eigentlich. Okay, Batterieleistung lässt nach. Ich dich gut vorbereitet, dass du immer... ...der mal wieder seinen Controller aufgeladen hat. Yeah! Ich hasse Menschen, ne? Ich raste hier gleich aus! Weiß jetzt nicht. Das kann doch nicht sein! Ey, Honk! Was hast du denn da für eine fette Banane? Am Schwanz ziehen geht immer. Ich ziehe einfach euch am Schwanz. Kann ich auch feppen an Bord? Ach du Scheiße, gleich wird hier hingekotzt. Immer besonders geil. Ich meine, ich stelle mir ja auch keinen... ...keinen lebensgroßen Menschen hier in meine Bude. Oh, you touch my tralala. Uh, my dingdingdong. Ja, das getan, was ich tarnen konnte. Ja. Scheißpartner ist häufig ein Problem, Leute. Beendet die Beziehung, wenn es ein Scheißpartner ist. Der hat hier eine Sexpuppe und hier hat er eine gigantische Riesensexpuppe. Ich geh sterben. Nein! Ja, aber Leute, wie soll ich denn mit einem Ei jetzt gewinnen? Ich war kurz drin und bin wieder rausgeflutscht. Dafür sieht mein Penis in meiner Hand wie eine Auvergine aus. Ich werde meine Eichel auch nie wieder loslassen, Leute. Das ist fast so groß wie mein Penis, würde ich sagen. Grafikkarte. Weil es hat ja jedes Obst andere Gemüse. Kann mich bitte jemand umbringen? Knuffige Toads aus deiner Umgebung möchten, dass du ihre Kanone putzen kommst. Das ist totaler Quintch. Aber ihr wollt das. Das ist totaler Quintch.